Josef Georg Friedrich Ernst Kahl von Sachsen-Altenburg war von 1834 bis 1848 Herzog von Sachsen-Altenburg. Leben Josef war ein Sohn des Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen und dessen Gemahlin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz. Seine Taufpaten waren unter anderem Kaiser Josef II., Georg III. von Großbritannien und König Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Die Geburt des Erbprinzen wurde in Hildburghausen mit Kanonendonner begrüßt und die Freimaurerloge prägte aus diesem Anlass eine Gedenkmünze. Erzogen wurde Josef vom Kuburger Hof Advokat Friedrich August Scheler. Traditionsgemäß erlernte der Prinz das Handwerk eines Schreiners. 1806 begann Josef auf Wunsch seiner Mutter sein Studium an der Universität erlangen. Aus Anlass der Vermählung seiner Schwester Therese mit dem bayerischen Kronprinzen Ludwig wurde er 1810 in den Hubertus-Orden aufgenommen. Josef wurde am 9. Januar 1814 als Volontäroffizier in der preußischen Armee angestellt und dem Generalleutnant von Kleist zugeteilt. Gemeinsam mit seinem Bruder Georg kämpften er 1814 in den Befreiungskriegen gegen Frankreich. Als Major im Gade-Ulanen-Regiment schied Josef am 19. August 1816 aus dem aktiven Dienst. Im November 1849 wurde er zum Chef des 19. Infanterieregiments ernannt und bekleidete ab 31. Mai 1859 den Dienstgrad als General der Infanterie. Josef war auch sächsischer Generalmajor. Am 24. April 1817 heiratete er in Kirchheim unter Tech-Herzogin Amalie, Tochter von Herzog Ludwig von Württemberg. Bereits seit 1830 mit Regent seines Vaters folgte Josef diesen nach seinem Tod 1834 als Herzog von Sachsen-Altenburg. Im Auftrag seines Vaters erneuerte er 1833 zusammen mit den Herzögen Ernst die von Sachsen-Coburg und Gotha und Bernhard II. Von Sachsen-Meiningen den Herzoglich-Sachsen-Ernestinischen Hausorden. Er führte in Altenburg mehrere Bauten aus unter anderem das Marstallgebäude, eine Schlosswache, die er in ähnlichem Stil an die Schlossgirche anbauen ließ und 1841 legte er auf dem Friedhof von Altenburg eine neue Fürstengruft an. 1839 wurde der französische Schlosspark in einen englischen Landschaftsgarten umgestaltet. Die unter seinem Vater begonnene Restaurierung des Residenzschlosses wurde unter Josef beschleunigt fortgesetzt. Josef regierte konservativ und reformunwillig. Die Landtagssitzungen waren nicht öffentlich und es bestand weiterhin Zunftzwang, was Industrie und Handel hemmte. Josef begünstigte ultrakirchliche Richtungen und rief 1848 Reichstruppen ins Land, weil Forderungen nach einem Freistaat laut wurden. Er musste schließlich während der Bürgerlichen Revolution 1848 von der Regierung zurücktreten, was in den thüringischen Staaten einmalig war. Am 30. November 1848, zwei Tage nach dem Tod seiner Gemahlin, entsagte er, da er keine Söhne hatte, zugunsten seines Bruders Georg dem Thron. Nach seiner Abdankung lebte Josef vor allem auf Schloss Fröhliche Wiederkunft in Wolfersdorf. Er restaurierte es gründlich und rettete es vor dem drohenden Verfall. Josef unterstützte künstlerische und wissenschaftliche Projekte. Auf seine Kosten ließ er einige Gemälde im Rathaus von Altenburg restaurieren. Auf Schloss Fröhliche Wiederkunft empfing er am 30. Juni 1866 nach der Schlacht bei Langensalzer seinen Schwiegersinn, den eben abgesetzten König Georg V. von Hannover, der von hier aus in sein österreichisches Exil ging. Josef war so eng mit Wolfersdorf verbunden, dass sein Herz hier an seinem Lieblingsplatz bestattet wurde. In seinem Testament hatte er verfügt. Ich wünsche möglichst prunklos beigesetzt zu werden. Die Trauerrede soll die Wahrheit sagen, aber ernstlichst dafür gesorgt werden, dass mir keine lügenhaften Schmeicheleien nachgerufen werden, die ich stets im Leben hasste und stets mich gegen sie verwahrte. Nachkommen mit seiner Ehefrau Amalie hatte Josef sechs Töchter Marie. Lemniskarte 1843 König Georg V. von Hannover, Pauline, Therese, Elisabeth. Lemniskarte 1852 Großherzog Peter II. von Oldenburg, Alexandra. Lemniskarte 1848 Großfürst Konstantin von Russland, Luise. Das ist ein Schmerzog Peter II. von Hannover, Pauline, Therese, Elisabeth.